MicroStar International, ein Hersteller von Computer-Hardware, wurde im August 1986 in Taiwan gegründet. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich im Bezirk Zong mit der Stadt Neu Taipei. Produkte MSI ist bei Entferbrauchern besonders als Hersteller von Hauptplatinen und Grafikkarten für PCs bekannt. Bietet darüber hinaus aber auch vielfältige Produkte im Bereich Computerzubehör, Komplettsysteme und Notebooks an. Punkt. Hauptgeschäftsbereiche von MSI sind Notebooks, All-in-One-PCS, Grafikkarten, Hauptplatinen, Multimedia, Desktop, IPC, Kommunikation. Der Markenname MicroStar gehört in Deutschland der Firma Medion, die auch Produkte, vorwiegend Mainboards und Grafikkarten, von MSI bezieht. Im Juni 2012 stellte MSI auf der taiwanesischen NIT-Messe Compotex in Taipei sein erstes Slider-Ultra-Book unter dem Namen Slider S20 vor, das dank seines Touchscreens in Verbindung mit der Slider-Technik auch als Tablet verwendet werden kann. Das mit einem 11,6 Zoll großen Display-Phase-Hähne-Gerät verfügt über eine Auflösung von 1366 x 768 Pixeln. Unter dem Namen Winky wird bei einigen MSI Mainboards ein Linux-System auf einem speziellen Flash-Speicher vorinstalliert, welches ein kompaktes, Virensicheres und Schnellstartendes System für Basisaufgaben wie das Surfen im Internet zur Verfügung stellen soll, kennenzahlen. Das Unternehmen beschäftigt weltweit etwa 16.900 Mitarbeiter und besitzt Werke in China und Taiwan. Der Umsatz belief sich im Jahr 2005 auf ca. 1,52 Milliarden.